mit dem besten aus dem katalog kommen wir jetzt zu ihnen nach hause und damit verpassen sie keinen besucher mehr an ihrer haustür das kann ja ganz schön schnell gehen oder so ein klingeln ding dong das verpasst man ganz schnell das hört man auch häufiger nicht gerade wenn man dann auf der terrasse zum beispiel ist auf dem balkon oder auch vielleicht mal hinten im garten wenn man im keller gerade ist vielleicht mal wäsche aufhängt oder so sehen das auch schon mal so gegangen mir an dauernd ich höre das einfach nicht oder andreas ja das kann schnell passieren kathie vor allem jetzt zur jahreszeit liebe zuschauer denken sie daran wenn sie auf ihrem balkon sitzen oder auf der terrasse oder auch im garten irgendwo eine sitzecke haben an ihrem gartenhäuschen vielleicht haben sie auch im pool oder so und dann sitzt man da und dann ist man natürlich auch entspannt liebe zuschauer dann steht jemand an der tür klingelt aber man hört es nicht ist wirklich so und deshalb haben wir hier was für sie schauen sie mal unsere batteriebetriebene funktürklingel bestehend aus einem sender und einem empfänger naja liebe zuschauer und sie werden sich wahrscheinlich denken was passiert wenn ich hier auf den klingeln knopf drücke machen wir gleich mal da haben wir schon es klingelt liebe zuschauer also hier eine ganz geniale angelegenheit warum liebe zuschauer weil wir hier eine batteriebetriebene funktion sicherstellen das heißt keine kabel verlegen nichts an der hauswand anbohren sondern ganz einfach hier in der verwendung sie können diesen sender also die klingel an sich liebe zuschauer mit zwei schräubchen draußen bei sich befestigen an der tür natürlich aber auch ganz praktisch mit doppelseitigem klebeband und sie haben hier dann den empfänger liebe zuschauer können sie bei sich natürlich auch fest installieren haben wir auch hinten schon die befestigungsmöglichkeit aber das ist natürlich auch ein ideales mobilteil speziell jetzt eben das von mir angesprochene wenn sie im garten draußen sitzen eben auf ihrer terrasse und eben dann die haustürklinge normalerweise nicht hören was können wir einstellen liebe zuschauer das halte ich noch für sehr wichtig wir haben ja einmal die lautstärkeregelung wir können hier unten einstellen und kate das ist auch noch mal ganz interessant man können hier beispielsweise auch den ton ausstellen und dann hat man nur noch die visuelle klingel das heißt wenn ich jetzt hier klingelt liebe zuschauer dann haben wir folgendes dann leuchtet hier nur noch dieses rote licht das heißt wenn es zum beispiel jemand im haus schläft auch kleine kinder zum beispiel die ganz kleinen enkelchen oder auch die frau ehemann schlafen noch oder so kann ja auch mal sein dann hat man ihm hier die visuelle bestätigung man kann das dann wirklich variabel auch einstellen so wie man es braucht wie man es gerne hätte liebe zuschauer und ich finde das ist dann auch noch mal eine alternative und sie sehen sitzt wir haben hier einen sensationellen preis liebe zuschauer 13 euro 25 hier für unser set batterie betrieben vorteil für sie natürlich keine kabel das ist schon mal das ganz wichtige die da das haus gehen und sie müssen auch nichts anbohren oder sonst irgendwas wo man eine kabeldurchführung ziehen muss das ganze ist mobil und dann natürlich auch für sie ganz herrlich einfach zu verwenden das ist doch toll oder ist das nicht perfekt super komplett kabellos das ganze einfach anzubringen und man hat so viele tolle optionen also ideal jetzt als haustürklingel zum beispiel aber auch hinten fürs gartentürchen zum beispiel kann man das gut benutzen eine ganz ganz tolle sache wird 13 euro 25 das ist 13 euro 25 das ist ein mega preis liebe zuschauer das ganze ist auch zu verwenden wenn sie extrem großen garten haben wir haben die reichweite zwischen den beiden hier von 100 meter kann natürlich auch ein bisschen mehr sein je nachdem was immer dazwischen ist also das ist auch ganz hervorragend auch zum beispiel für schrebergartennutzer oder besitzer eine tolle angelegenheit jetzt hat man endlich mal eine klingel hier und vor allem ist es einfach so man weiß da ist jemand muss da nicht raten und liebe zuschauer ist natürlich auch eine wunderbare sache denn wir sind ganz kreativ wir haben hier über 30 klingeltöne die wir einstellen machen wir hier einfach per tastendruck und sie hören jetzt schon das ist ganz kreativ da sucht man sich seinen lieblings ton aus das ist aber schön oder da freut man sich richtig wenn jemand klingelt oder da macht richtig spaß dann an die tür zu gehen wenn es geklingelt hat ja da freut man sich auf den nächsten besucher der dann den klingelknopf drückt oder das ist doch was für uns oder das ist schön ja da kann man auch mal für den wohnwagen zum beispiel eine klingel bestellen oder sogar vielleicht wenn man jetzt jemand hat der bettlägerig ist zum beispiel selbst da kann man das ja so als notfall klingel am bett benutzen da kann dann der derjenige der pflegt kann dann dieses teil mitnehmen und man kann am bett dann hier die klingel haben das geht ja zum beispiel auch mal ich meine bei 13 euro 25 liebe zuschauer da kann man das natürlich auch zweckentfremder gibt es viele möglichkeiten man kann das natürlich auch den kindern geben also hier liebe zuschauer haben sie wirklich einen extrem kleinen preis sind mobil hier mit ihrem ganzen system ist eine große freiheit und vor allem es ist ganz einfach und ganz schnell installiert hier muss man wirklich im grunde nichts beachten übrigens hier ist natürlich alles ipx4 also wetterfest wasserfest für 13 euro 25 mit der bestellnummer nx 57 76 und der 569 da können sie natürlich auch gleich mehrere bestellen wenn sie möchten ganz ganz toll oder für 13 euro 25 bitte greifen sie da gerne zu damit sie das dann auch direkt bekommen das ist super oder für 13 euro 25 aber andreas hat uns noch was mitgebracht und das schauen wir uns an das ist jetzt das modell das hat gleich zwei von diesen quasi empfängern also zweimal dieses gerät was dann die melodie abspielt und einmal den klingelknopf das ist natürlich der hit schauen sie auf diesen preis liebe zuschauer also im grunde muss man ganz klar sagen das ist ihr set also ein paar euro kommen oben drauf hier und dann bekommen sie zwei empfänger das testen wir jetzt auch mal aus und jetzt sehen sie jetzt klingen hier beide man kann auch unterschiedliche töne einstellen sie können auch immer dann gucken licht signal an aus nein liebe zuschauer auch die lautstärke ist regelbar fünf stufen haben wir dies extrem laut und wenn sie zuhause eine klingel haben wo man die lautstärke gar nicht regeln kann dann ist das hier halt auch noch mal eine geniale angelegenheit eine klingel fürs haus für den außenbereich also hier sind sie noch freier noch mobiler unterwegs aber auch hier das ganze durch den batteriebetrieb einfach herrlich einfach das ist toll da kann man einfach mit rausnehmen dann in den garten eins drin lassen vielleicht in der küche oder so was also kann man sehr flexibel dann mit umgehen 18 euro hier die bestellnummer die nx 58 29 und die 569 für sie also schauen sie was sie brauchen gleich bestellen bei den tollen tv sonderpreisen die wir haben und dann verpassen sie klein kein klingeln mehr was man braucht sind natürlich batterien weil das ist ja alles komplett kabellos ganz einfach zu installieren aber man braucht batterien ich weiß nicht ob sie momentan welche zu hause haben deshalb haben wir hier was für sie vorbereitet schauen sie wir haben hier die doppel a batterie da haben wir jetzt hier 20 stück für 6 euro 60 und das sind 20 stück schauen sie 20 für 6 euro 60 mit der px 15 69 und der 569 ja und die passen für unsere empfänger liebe zuschauer wenn sie sich für das zweier set hier dieser klingel entscheiden dann ist das natürlich auch genau die richtige menge die empfänger die können sie damit ausstatten natürlich auch jedes andere gerät völlig klar da schränken wir sie nicht ein aber hier gerne auch mehrmals zugreifen gerade so batterien die braucht man ja sehr häufig für alle möglichen geräte liebe zuschauer batterien braucht man immer deshalb kann man hier wirklich sehr gut auch das zwanziger set bestellen sie dürfen auch bei dem tollen preis mehrmals zugreifen und wir haben auch gleich die triple a batterien für sie vorbereitet auch hier schauen sie mal direkt das zwanziger sparpack für 5 euro 65 ne also normalerweise kriegt man ja vier batterien irgendwie für fünf euro und hier bekommen sie 20 schauen sie 20 für 5 euro 65 das ist wirklich ein mega sparpreis den wir da haben jawohl und die passen hier für unsere klingel also hier für den auslöser liebe zuschauer der draußen an der taustür hängt oder wo auch immer also hier der sender im grunde für den passen hier die batterien und ich drücke mal drauf hören wir uns das klingeln an hier beide ist das schön das ist toll so eine klingel mit so tollen melodien und du kannst hier zwischen über 30 melodien aussuchen das ist doch mal richtig schön kann man auch mal umstellen wenn man mag nicht immer nur eine melodie also bestellen sich ihre neue klingeln und dann hier passen batterien dazu und dann verpassen sie keinen besucher mehr kein klingeln wird mehr verpasst selbst wenn sie im garten sind oder auf der terrasse oder auch mal im keller oder sowas zum wäsche aufhängen oder so ne also das ist wirklich eine ganz ganz tolle sache hier zu greifen unsere tollen kabellosen funktür klingeln zum spitzenpreis sie haben es gesehen und 13 euro 25 18 euro hier das doppelset das ist wirklich eine tolle tolle sache jetzt für sie deshalb gleich anrufen unter der 0 1 8 0 51 51 53 mal die 2 und wir hören uns aber diese tollen klingel melodien an